hello sehr und herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal ich hoffe ihr hattet eine schöne weihnachtszeit und ich habe mir gedacht weihnachten ist eine schöne zeit meine brüder sind da und da spielen wir gerne so krimi spiele und ermittlungsspiele und dieses jahr habe ich chris cape auf den tisch gebracht ich sage gleich vorweg ich habe das spiel vom moses verlag als rezensionsexemplar angefragt und auch bekommen also vielen dank noch mal dafür und war jetzt froh dass ich endlich mal die möglichkeit hatte es zu spielen denn viele meiner anderen spielgruppen sind jetzt nicht so die deduktionsspiel freunde das aufgrund von corona zurzeit ein bisschen schwierig die runde zusammen zu bekommen mit denen ich für diese krimi spiele gespielt habe aber meine bruder mögen so eine spiele auch und ihre partnerin und dann haben wir das jetzt am wochenende über weihnachten gespielt und ich möchte euch ein bisschen über meine eindrücke zu dem stil sprechen ich werde euch hier keine regeln oder so zeigen denn das würde euch gewissermaßen spotter könnt ihr euch ja vorstellen was ist chris cape es ist an sich ein mix muss man sagen aus einem exit spiel mit rätseln und quiz fragen ja also hier werden oft auch so fragen gestellt zum allgemein wissen das ist der zweite teil es gibt schon einen ersten teil dieser reihe und man man muss sagen ich bin ja geschichtslehrer und habe hier viel freude mit gehabt also vielleicht vielleicht verrät das schon so ein bisschen etwas in welche richtung das geht zum ersten teil kann ich das so nicht sagen obwohl ich dort gelesen habe geht es unter anderem nach ägypten also ich denke es ist auch sehr historisch angelastet das ist schon mal ein ganz großer pluspunkt natürlich von mir mir ist aber natürlich total bewusst dass das jetzt nicht unbedingt für alle menschen gelten muss dass sie das so positiv finden auf der anderen seite finden wir aber auch rätsel wie bei anderen spielen hier drin ist gutenberg casanova und die mondlandung weiter kommentieren tue ich das nicht das seht ihr hier auch auf der verpackung mit drauf insgesamt ist die box so gestaltet dass sie auch teil des spiels ist also man kann es aufklappen es ist so dieses format wenn ihr kneipen quiz kennt es ist die gleiche box von der sache und hier schon mal ein richtig großer pluspunkt von mir an dieser stelle alles in dieser box hat seine bedeutung wir haben hier karten mit drauf hier oben haben wir die allererste karte aufgeklebt wo drauf steht was man machen soll die schubladen wir das halt auch von knacken quiz kennen sind wichtig also diese box ist ganz toll thematisch eingebunden und hat ein zweimal auch wirklich gestern abend für einen großen aha effekt bei uns gesorgt wo wir gesagt haben okay geil also richtig coole ideen was man mit so einer box halt machen kann ja also da habe ich aber da haben wir allgemein gestern gestaunt gesagt allgemein wissen wird viel abgefragt geschichte wird viel abgefragt wir haben auch logik rätsel ich fand die aber nicht so stark ausgeprägt wie bei anderen spielen also hier dann schon mal an dieser stelle leute die gerne auch kiss spiele spielen glaube ich für die ist das ein cooles format dieser mix aus exit spiel und quiz funktioniert für uns wirklich ganz cool wir spielen in so einer time agency und reisen halt in der zeit zurück und müssen halt bestimmte sachen dort herausfinden und die orte wo wir hinreisen sind dann natürlich meist auch teil irgendwie der fragen mit denen wir uns beschäftigen also wie gesagt ich fand mich da als geschichtslehrer ganz hervorragend unterhalten also ich muss deshalb auch sagen das spiel ist wirklich pädagogisch wertvoll ich habe auch dinge gelernt über handelnde personen dort in diesen geschichten die ich zwar kannte aber diese hintergrund infos hatte ich halt so noch nicht das fand ich wirklich klasse wie das hier umgesetzt wurde grundsätzlich ist auch schön es gab orte bei denen wir halt selber auch schon mal waren und hatten dann wiedererkennungswert und konnten diese ortskenntnisse nutzen ich hatte an manchen stellen auch das gefühl wenn wir nicht dort gewesen wären hätten wir vielleicht auch ein bisschen probleme gehabt aber da kommen wir mal zum regelwerk denn das wird in diesem spiel mit dieser mechanik ganz gut kaschiert ihr habt das in der regel so dass sie auf der vorderseite die frage oder das rätsel hat und auf der rückseite hat die lösung und es gibt meist auch eine tippfunktion und über das spiel weil wir eine zeitreise er machen in die vergangenheit ist immer so ausgelegt hat für eine stunde das heißt alle drei szenarien zusammen auf drei stunden und wenn wir etwas richtig man kriegen wir auf zeit gut geschrieben das heißt wir haben mehr zeit zur verfügung wenn wir etwas falsch beantworten dann wird uns zeit abgezogen und das finde ich ganz charmant gemacht das heißt wenn man mal bei der frage bei einem rätsel überhaupt keine ahnung hat um weit wie man wie es weitergehen soll hat man halt diese möglichkeit zu sagen okay wir gucken jetzt mal auf die rückseite neben den hinweis oder wir sagen kommen beraten einfach mal wir haben überhaupt keine ahnung und dann kriegt ihr halt nur in anführungszeichen zeit abgezogen das finde ich an sich ein ganz schöner kompromiss was dem spiel auch einen schönen flow gibt dass es eigentlich immer auch weitergeht und wir nicht längere größere phasen haben wo wir dann überhaupt nicht mehr weiterkommen ich muss sagen wir sind ganz gut gestern aufgestellt gewesen ich als geistwissenschaftler meine bruder sehr naturwissenschaftlich alle mann musiker kreativ dann noch die lebensgefährtin dazu die die auch alle aus wirtschaftlichen bereich und was auch immer also wir sind glaube ich sehr breit aufgestellt gewesen und haben deshalb jedes der mitte dieser mission in rund 45 minuten geschafft die erste mission kam mir kam uns insgesamt sehr leicht vor aber ich weiß es nicht vielleicht ist das auch nur so ein gefühl weil ich natürlich als geschichtslehrer viele historische hintergrundinformationen hatten und auch meine bruder sehr viel wussten und also als allgemein die gruppe halt eigentlich fast immer eine antwort darauf hatte und wir selten etwas falsch hatten deshalb weiß ich nicht später fand ich in den zweiten und dritten fall hat das schon angezogen die regeln sind innerhalb von zwei drei bis fünf minuten erklärt die lernte ja wie das so typisch ist über die karten ganz schön gemacht halt auch und es ist so dass vor jedem fall immer die regeln noch mal neu oder allgemein erklärt werden und da hat sich dann für mich halt die annahme verfestigt dass es scheinbar so gedacht war dass dieses spiel oder dass diese spiele auch einzeln gespielt werden können und da kommt ein kritikpunkt von mir denn es gibt einen fall da muss man andere fälle schon bedient haben sonst kann man dieses rätsel nicht lösen ja klar kann ich jetzt sagen ha ich kann ja einfach dann nehme ich die strafzeit aber ich finde es sollte eine möglichkeit schon geben eine frage diese frage beantworten zu können und dazu brauchte man informationen von davon insgesamt halt bin ich sehr positiv von diesem konzept angetan toll wie diese ganze box genutzt wurde das hat uns richtig spaß gemacht und immer wieder für so ein aha effekt gesorgt das fand ich wirklich gut beim schwierigkeitsgrad würde ich sagen familie familienniveau die haben auf jeden fall spaß mit aber ich sag mal wir fühlten uns am ende auch gut unterhalten für die ja rund zweieinhalb stunden die wir insgesamt gebraucht haben um das spiel durchzuspielen und ja mit der box macht es echt was her wieder spiel wert ist von daher für mich oder für uns jetzt nicht gegeben aber was schön ist ihr macht nichts kaputt das finde ich zum einen umwelttechnisch sehr charmant und auf der anderen seite ja kann man es jetzt schön verleihen und ich weiß auch schon das kommt dann auch mit in die schule und kann dort genutzt werden so dass ich in summe sagen was leute die exit spiele mögen mit quiz aspekten drin sind hier vollkommen richtig es ist nicht der höchste schwierigkeitsgrad man wird ab einer gewissen stelle abgeholt aber es nimmt ein bisschen zu mit der schwierigkeit auch nach hinten raus und man hat eine schöne zeit ich finde es ein gutes verhältnis von geschichte was erzählt wird und daher weniger abstrakt als viele andere exit spiele das ist immer mein problem mit der exe kosmos reihe die tolle rätsel haben aber es ist für mich rein mechanisch ich habe dort nie das gefühl in irgend so eine geschichte reingeworfen zu werden und das haben die hier wirklich geschafft dass diese story mit einem leichten angenehmen humor wie ich finde und ja so dass wir wirklich eine schöne zeit mit dem spiel hatten und wenn das alles so punkte sind wo ihr sagt ja da sehe ich mich auch wieder dann ist das wirklich ein blick wert und schaut euch das mal an chris cape zumindest teil zwei beide daumen hoch von mir von moses verlag gerne schreibt in die kommentare was eure erfahrungen mit dem spiel waren passt das auch bitte seid spoiler frei ist immer ärgerlich wenn man da irgendwie irgendwie ja schon den spielspaß vorweg wegnimmt gerne könnt ihr auch andere empfehlungen reinschreiben für spiele die so ähnlich waren ich fand das wie gesagt sehr angenehm mit diesem story aspekt ich kenne schon auch diese hidden games und so mit den briefumschlägen wo man ja so ein fall löst das ist für mich noch mal eine ganz andere nummer weil es noch mehr in diese detektiv arbeit geht das war für mich ein interessanter und angenehmer kompromiss aus rätseln geschichte und quiz ja also diese kombo habe ich so in so einen art exit schrägstrich rätsel spielen wie auch immer noch nicht gesehen und das fand ich sehr angenehm also wenn ihr da irgendwie was anderes noch habt gerne in die kommentare das würde mich wirklich interessieren ich hoffe ihr habt eine schöne zeit bleibt gesund bis dahin tschau